Sollen sich Menschen, die Covid-19 durchgemacht haben, auch impfen lassen? Ja, sie sollten sich auf jeden Fall impfen lassen, weil unsere Immunabwehr einfach nicht ewig dauert. Man weiß, dass sie langsam abnimmt und nach drei bis sechs Monaten können wir auch keinen Schutz mehr haben. Deswegen könnten wir Reinfektion haben und deswegen bekommen wir auch nur eine Dosis nach drei bis sechs Monaten der ersten Infektion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017